Yo Leute wir sind live, wir werden wieder fleißig Grinch spielen und heute werden wir uns vermutlich ein bisschen mit Chris vergnügen. Heute mal übrigens keine Camper, es ist grad ziemlich dunkel. Ich hab keine Lust dafür jetzt die Lampe anzumachen, mir ist grad immer nicht so viel Licht deswegen. Ich bin auch recht müh deswegen auch nicht so lange live, aber naja. Heute überspringen wir auch wieder das Intro, nach dem Intro ist mir heute nicht. Ich will reingehen. Wir gehen rein. Überspringen das Intro gleich. Und fahren fort. Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Nordicard eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss sich an Triss Merigold zu wenden. Das Lied. Und Stream Elements ist auch begriffen, dass wir live sind und hat es in den Chat gepostet. Herzlichen Glückwunsch Stream Elements. Guck mal kurz wie hell das wäre, wie ich die Cam jetzt auch machen würde. Ah, ne. Kann heute auch nicht so lange live, weil ich später noch, äh, weil ich morgen Schule habe und ja. muss ich auch mal weg erinnern, dass er nicht um 8 klingelt, sondern um 6. Weil ich ja jetzt früher aufstehen muss wegen der Schule. Wenn die wieder ist. Glätte 6 Uhr. Dann machen wir 6.30 Uhr. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss mir. Alter, Triss, das stimmt. Triss sah ja scheiße aus. Und der Controller ist fast leer, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wie, jetzt prüfen. Wie installiere oder deinstalliere ich, Anwendung schließen. Wie installiere oder deinstalliere ich, ähm, sehr schnell, Mods. Speicherte Daten hochladen, runterladen, hä? Nein, das ist es vermutlich nicht. Richtiges Eigentum löschen. Informationen vielleicht. Add-ons. Ah, da haben wir es. Relatives Aussehen, Triss will ich weg haben. Okay, wie mache ich das weg? Playstation 4 Add-ons entfernen. Ok, dafür müsst ihr das ganze Spiel deinstallieren, das lassen wir dann mal sein. Perfekt, starten. Na, was soll man groß machen, wenn das nicht geht? Da hat wir ein scheiß Typing. Jetzt schreibt mir eine Freundin, dass sie zocken kann. Mann. Komm schon, Spiel. Na gut, sie hat okay geschrieben, als ich schon mal live bin. Komm ich also mit klar. Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Norbert Grad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss sich an Triss Merikold. Ja. Spaß mit Triss. Altert sich der Alter aus auf dem Bild der Geralt. Oh, da ist jemand live, den ich lange nicht mehr live gesehen habe. Jetzt gucke ich mir mal ein Fenster an. Frag mir, ob ich da mal noch Mod bin. Ob das ein anderer Account. Na ja, jetzt ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Ich bin ein anderer Account. Das ist nicht so wichtig. Ja, jetzt ist das ein anderer Account. Das ist nicht so wichtig. Kloppe das Klang irgendwie länger als gerade kann das sein das ist ein Händler Nein gesagt das ist jetzt das muss der Laden Zeug mal Angebot, ja erstmal gucken wir mal Karten an und dann Gewinnspiel Das ist ja einer der Kunde was uns auch an dieser Stütze interessiert, der hat aber nichts anzubieten Ich mach ihn platt Okay Passt alles Ich muss den Spion irgendwann mal raus Ne, hab ich grad vergessen Du weißt ja was, dann spielt ihn die erste Runde Eis kann raus Nebel kann raus Okay, den Nebel hätte ich drin lassen können Oh Gott, ich werde die jetzt nutzen, ohne dass sie mir Was sie mir Schaden macht Was sie mir schaden macht, passt auf Weil ich jetzt Ach den hab ich hier gar nicht drin Ich dachte ich hätte den Mit dem Den drin der Eine verbrennt Aber passt trotzdem Weil ich mit denen grad überhaupt nichts anfangen kann Weil der Gegner eh viel besser ist Wird jetzt vier Karten weniger zur Verfügung hat die nächsten Runden Habe ich Bogen schützen? Nur die eine Okay Die Gegner Wow Wenn ich so wenig gefährlich Okay Wenn ich die hier spiele Ist das drei Punkte Verlust Wenn ich die spiele Ist das auch Drei Punkte Verlust Das heißt das macht keinen Unterschied Dann spielen wir die Ach der hat eine Vierer gespielt Hab ich gar nicht gesehen Fuuuuck Wie konnte ich das übersehen Ich depp Jetzt hab ich unnötig Ne Karte verschwendet Die ich hätte behalten können Ich hab gar nicht gesehen Hab dass er eine Karte gespielt hat Hab er doch nicht grad auch sieben gehabt? Egal Hat er eine Monsterfähigkeit ausgelöst? Was für eine Ach das Ding bleibt da einfach Gut Ja warum auch nicht Jetzt wird diese Verbrennenkarte echt gut Weil die alle Ne die würde nur die 1 zerstören Mann Jo Wie soll ich die Runde gewinnen? Jetzt wäre Eis schön Ich hab sie wohl weg getan ey Aber Eis wäre jetzt halt echt voll hilfreich gewesen Eis wäre so hilfreich Kann ich Kann ihn halt gar nicht mehr einholen Kann ihn halt gar nicht mehr einholen Ja Wahrscheinlich Und auch auf zwölf Und auch auf zwölf Dem sein Karten Der kenne ich gern Machen 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 Mh 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 Okay, der hat diese eisfähigkeit. Der hat recht viele vorne. Vielleicht sollte ich dann einmal klirrende Költe noch hinzunehmen. Soll ich den Spion rausnehmen? Ich weiß nicht. Ich mag Spion ja nicht, sondern tue ich den rein und nehme dafür, oder? Ach nee, komm, lass den Spion drin. Ich beginne. Okay, Nebel wird mir nix bringen. Der Spion bleibt erst mal drin. Regen wird mir auch nix bringen. Setze ich die Astronen in den Spion und verpisse mich. Ja, ne Heilerin, nicht schlecht. Leider geht der Spion nur noch seinen Haufen. Okay, der hat gepasst. Nehme ich die 6er Karte und passe auch. Dann gehen wir unentschieden raus, aber ich hab'n Punktführung. Also wir gehen unentschieden bei den Karten raus, aber ich hab'n Punktführung. Ach, jetzt bleibt der Spion bei dem. Oh, die Karte hier wird gut sein, wenn er später wieder, falls er später wieder diese Hochkarten spielt. Die hebe ich mir für letzte Runde auf, dann kann ich die da nutzen. Falls es dann eine Runde gibt. Ich warte. Ich hab' leider kein Eis. Aber ja, der wird die Kräfte verdoppeln. Dafür wär' das Eis halt schön gewesen. Obwohl, das Eis mir dann jetzt natürlich auch viel gestartet, weil ich viele Nah-An-Kräftdinger hab'. Also 20 Punkte kann ich ihm rauben gleich. Das war jetzt natürlich sehr sinnvoll. Bleiben wir erstmal auch in der ersten Reihe. Hat der keine Karten mehr, oder was? Oder will der mich jetzt blamieren? Wenn ich ihm 20 Punkte nehme, würd' ich jetzt führen. Aber den Punkt könnte ich ihn auch nehmen, wenn ich ihn jetzt 20 Punkte nehme, würd' ich führen. Gut, das schadet mir nicht. Ich glaub' er hat keine ordentlichen Karten mehr. Oh, er hat doch noch welche, aber die macht er sich selbst kaputt mit dem Regen. Gott, hätte der die 3 Zehner nicht, könnte ich ihm alle Karten mit Einzug nehmen. Aber er hat die 3 Zehner, dann heißt die kann ich nur die 3 Zehner nehmen. Was mir jetzt leider auch nicht so viel bringt. Okay, jetzt gibt er sich selbst seine Power wieder. Ich spiel' meinen Trumpf mit dem Verbrennen als allerletztes. Ja, Detmold nehm' ich zurück. Okay, er spielt seine letzte Karte, oder? Ja, okay. Ich glaub' ich kann ihn nicht mehr einholen. Aber ich kann ihm noch ein bisschen wehtun. Bam. Okay, ich brauch' auf jeden Fall... Ach, das war gar nicht die letzte Runde. Ich hätt' einfach aufgeben können. Fuck. Ich hab' nicht gesehen, dass es nicht die letzte Runde ist. Wie konnte ich das übersehen, ey? Der Fehler ist mir schon so aufpasst, dass ich dachte, es ist die letzte Runde, aber es war nicht die letzte Runde. Sagen wir' ich normalerweise die erste Runde immer verliere. Guck' mir das dann so vor, wenn man... dass man dann immer gewinnen muss. Ob das Gott in irgendein Gruppen-Shit eingeladen worden? Ich will Kartenspielen. Okay, jetzt mach' ich den aber platt. Diese klirrende Kälte, die brauch' ich. Pulswittern gegen brauch' ich nicht. So oft. Okay, was hab' ich bekommen? Wieder keine klirrende Kälte, aber auch diesmal kein Spion. Und kein Heiler, das ist blöd. Dich brauch' ich nicht. Du bringst... Willst du mich verarschen? Tue ich den weg und krieg' den zurück. Womit starten wir? Komm, wir machen eine Software-Eröffnung. So. Puh. Soll' ich jetzt die Runde aufs Sieg gehen oder nicht? Nein, ich könnte das Katapult noch nehmen. Damit führt der wieder... Ich könnte ihn jetzt dazu rauslocken, seine ganzen Vorderkarten zu nutzen. Komm, der bringt mir alleine eh nicht so viel. Der hat noch 8 Karten, der könnte halt alles auf der Hand haben. Und das ist das Ding. Puh. Ich würde die Runde nicht mehr gewinnen. Ich passe. Das bringt mir jetzt nichts mehr. Das tut weh, das Geräusch. Und hier ist ne Scheißmutter. Aua. Alles klar, mit einer Karte. Ich werd' nicht mehr. Bogen schützen. Gegner packen. Kann er sich ja auch erlauben. Mit dem jetzt sitze, kriegt er minus 10 und ich plus 10 und ich trotzdem noch einen anderen setzen. Ah, tut das weh. So. Ich muss die Runde gewinnen. So. Und der hat noch. Ah. Das könnte schwer werden, aber ich krieg'n Bogen schützen. Freia Haus. Ich bin im Zug und ich hab' ich hab' ne Karte mehr und ich hab' es kann zuerst. Ja, ne. Warum auch nicht? Wie scheiß Buckel so am fexen. Bitte lass' deine letzte Karte Frost halten, um sie selbst zu legen. Natürlich nicht. Naja. Der Gegner hat gepasst. Kann ja auch nicht mehr viel machen. Ich spiel' doch noch. Ich will den besiegen. Oh cool, das wäre ein Schnaps. Ich krieg' halt auch nie diesen Frost, den ich haben will eigentlich. Schirm behalte ich erstmal für die erste Runde. Hm. Der Nebel bringt mir nicht viel. Na gut. Kein Frost, aber besser als nichts. Oh. Spion. Frost. I am happy. Okay. Soll ich die Runde spielen oder soll ich die komplette Runde lass' ich sein? Geh' der nächste voll rein. Gut. Der hat drei Karten weniger als ich, hat aber einen auf dem Feld liegen lassen. Ein paar Missgeburten ruft er sich ja bei, ist egal. Die werden gleich alle ziemlich wertlos sein. Da fällt mir ein, ich kann jetzt schon den Wert mindern, aber verzichte ich erstmal lieber. Parfümkampf-Sachen. Ja, das ist jetzt, jetzt ist es besser. Das Ding ist, wenn ich die durch Frost alle auf dem selben Wert bringe, dann haben die alle eins. Kann ich die dann... Wohin nicht, lass' das jetzt so. Ich hab' gute Kartenführung. Okay, das ist unentschieden und ich hab' doppelt so viele Karten wie er, aber er hat einen auf dem Feld. Ich hab' das hier, was mir überhaupt nix bringt. Hm. Ich hab' selbst sehr viele Nahkampf-Sachen, das ist natürlich blöd. Na klar. Jetzt wird er doppelt dann seine Fähigkeiten, aber er hat nur noch drei Karten. Da lässt sich theoretisch noch was machen. Ich hab' keinen Frost mehr. Habe ich zu früh eingesetzt, ich depp. Ja, das bringt überhaupt nix, weil ich keine Ferienkämpfer hab'. Oh, ich glaub' er hat keine Karten mehr, das heißt ich werde gewinnen. Vielleicht sogar haushoch. Ui. Komm, ich werd' meinen Triumph auskosten. Bang, weg mit der. Jetzt gewinne ich mit 31 Punkten mehr. Und noch zwei Karten auf der Hand. Jaaa. Was hab' ich bekommen für ne Karte? Von dem. Gutes Wetter. Jaaa. Ganz solch mit gutem Wetter. Das war das Spiel nicht wirklich wert. Oh, Zauberin. Schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge. Ich bin bald zurück. Hört schon irgendwie hässlich aus. Teil 2 und eigentlich Teil 3 auch so direkt gut aus, Noah. Die scheiß Add-on installiert. Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wie genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Wie? Hier? Nein. Unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Schön, dass du diese Frage gegen den Raumschutz und einfach wegrennst. Ein Händler. Kräuterhändler. 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 Ich bin frequent. Ich bin nicht zufrieden, was wir jetzt auf dem Land hier am Straßenland bringen. Nicht so zu sehr. Wolfsmann, zum Beispiel. Blühwässer. Blinderschloss. Aber mit einer einzigen Handvoll kann man ganze Familie vergessen. Eine sehr nutzige. Kräuterhändler. Ja. Was würdest du sonst noch empfehlen? Sieh dich um, junger Mann. Du scheinst dich auszukennen. Da zeige ich dir auch meine Spezialvorräte, die ich unterm Tresen habe. Cool. Erstmal nach Karten gucken und dann Karten spielen. Hallerkarten. Ne, der hat aber so ein... Klettenbindel. Das wird für eine Quest gebraucht. Na dann. Nehme ich mal. Man weiß ja nie. Was hat der hier noch? Zeichen verbessern. Das ist nicht so relevant. Kann ich ihm was verkaufen? Ich brauche mal wieder langsam Geld. Oh, das hier würde der nehmen. Das Peel kann auch tatsächlich weg. Das brauche ich nicht. So. Ansonsten haben wir hier noch allerlei Kräuterzeugs. Zum Beispiel hier. Ein ertrunkenes Gehirn. Davon kann er ein paar haben. Pilze kann er auch ein paar von haben. Ich brauche davon nicht so viel. Was ist das hier? Holzleber. Leh. So, einfach damit ich wieder ein bisschen mehr Gold habe. Äh, um mehr Kartenspielen zu leisten. Willst du nicht ein kleines Päuschen machen und Karten mit mir spielen? Auf geht's. Okay, ähm. Ich habe auch andere Spielsets. Wo ich allerdings nicht so viele Karten habe. Da fehlen mir halt noch voll viele. Gibt halt so allgegenwärtige Karten. Komm, wir machen aber mal rein, ob ich die Sets sehe. Hier würden mir einige Karten fehlen. So. Oh, das ist das falsche Deck. Hier sollte das nicht drin sein. So. Bei diesem Deck hätte ich. Da würden mir auch noch richtig viele Karten fehlen. Bei dem Deck, was ich am liebsten spielen würde, weil ich gerne Monster spiele, würden mir fast 20 Karten noch fehlen. Ah. Zurück. Ja. Da fehlt mir halt die Masse an Karten für, um die Stick zu spielen. Leider kann man die nicht mixen. Die zusammen sind so gut wie zwei Zweier. Ich glaube tatsächlich, wir werden... Nebel brauche ich nicht. Wir werden uns von dem verabschieden. Der hat einen mehr. Ah ja. Dann machen wir erstmal unsere Schwachkopfkarte. Der hat schon ge... Das ist ein Pisser. Da. Jetzt muss ich... Ja, dann schwimmen wir die. Und passen. Übrigens, ein Deck mit fast nur Heil darin hat den Vorteil, wenn du eine Runde weg bist, kannst du dir fast alle Karten danach wiederholen. Ähm. Gucken wir mal hier. Eine Heilerin. Yeah. Singles Television wird es nicht verlieren, aber ich will sie gewinnen. Die könnte ich ihm verbrennen gleich. Erstmal warten wir. Das ist blöd, ich habe keinen Himmel. Moment, ich muss auf das Rechnen, ne das bringt nichts, was ich gerade im Sinn hatte. Die Katapulte bringt jetzt leider voll wenig. Ja, ne ist klar. Lohnt es sich jetzt zu passen? Ich passe, könnte ich mir mit der hier gleich eine wiederholen, nach meiner Wahl. Na komm, das machen wir. Wir haben gleich den Katapult wieder. Wir haben gleich viele Karten, ich würde sagen, meine sind besser. Wieso haben die alle diese Karten, wo man Begleiter rufen kann? Das ist sehr belastend. Und nehmen die weg. Oh, schöner Borgenschützer. Die juckt mich alles gar nicht. Ich will... Ist ja egal welcher Tribok. Ich will... Ich will... Na gut, das ist ein bisschen belastend, aber nicht schlimm. Ich führe noch und er hat nur noch eine Karte. Ich habe jetzt auch nur noch. Aber ich führe mit 8 Punkten. Oh, er hat wohl nichts sündiges mehr. Dann, so. Noch schön bisschen boosten. Und ich passe auch. Gewonnen. Welche Karte habe ich jetzt gewonnen? Konen und wie viele Karten? Martierte irgendwas. Inventar. Ist das unter Karten? Gute Frage, wo sieht man die Karten? Das weiß ich gar nicht. Na, Gegenstände ist doch unter Gegenständen dann. Ja, hier unten ist das nicht. Hier auch nicht. Egal, jetzt. Das ist direkt ein weiter. Passend. Hallo Sprit, hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Hm. Ein Sack voller magischer Zutaten? Die Wachen kamen direkt auf mich zu. Ich bin kein Feigling, aber da braten der Schweiß aus. Oh Gott. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Ja. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du siehst. Hm. Ich soll dich bezahlen und dann in diesen eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Tja, für manche Dinge muss man Opfer bringen. Dinge? Und was ist mit Leuten? Auch für manche Leute. Dann könntest du mir die Sachen ja rausholen. 9 zu 0. Halt. Hört ihr? Sie kommen uns zu holen. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Hm. Ich hab mal einen Magier verloren. Ihm konnte Schmerz nicht anraten. Fingernägel aus reichen Eier zum allemem Lieb. Aber er war kesslich. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch. Sitzte ein Becker drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben uns noch Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Ich halte es den Boden. Pass auf die Arme. Okay. Faltüre im Bo. Oh. Erstmal ausräumen. Toll, wir sind das Bier gradlos geworden. Erstmal lesen natürlich. Alles sehr wichtige Bücher. Ja, ja, mach du das mal Triss. Pfeffer. Oh ne, Pfeffer mag ich nicht. Was? Daran merkt man, der Ding hat schon Power, dass ich eigentlich noch nicht für dieses Level da bin, was? Batterie ist fast leer, ja toll. Ganz kurz. Ist der nicht einfach gesagt, der Typ, wo das ist? So, ich schließe eben meinen Controller zum Laden an. Sekunde. So, geht der jetzt? Zumindest blinkt die Box auf. Oh, das hier lohnt sich ja richtig. Ja, jetzt bin ich das auch. Freie Stadt, Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massata von Lokmung und Zufinemalia hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovic's Scherden. Stattdessen gerieten, sie kommen Regen in die Traufen. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Nicht ganz, aber... Wenn's Fritz recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Hm. Der arme Kerl ist vergesslich seit Menge ihn verhört hat. Der Verfolgungswahn scheint er aufzuleiten. Zwei. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öl. Das ist gut für den Tank. Yay. Ah, da sind mehrere Tonen. War keine rote, soweit ich das sagen kann. Naja, aber die Dinger kann ich lernen. Doch da liegt das Rote, oder? Ja. Wie taucht man nochmal so? Könntest du vielleicht... Warum werfen die hier so viele mal aus Krypte ins Wasser, ey? Lesen sie nicht gerne. Das sind Kräuter, die jucken mich nicht wirklich. Gött, gehen wir... und treffen Triss. Kann Gerald hier hoch hüpfen? Ich nehme an, nicht. Nein. Das ging nur in sowas wie Assassin's Creed. So. Jetzt kannst du kurz was am Handy machen. Ich frage mal, wo die Cam an ist, obwohl ich die in OBS gar nicht anhabe. Naja. Es gibt nichts schöneres, als einen dreckigen Kanal zu fassen. Ich habe ein paar Füße. Ein rostigen Anker, ein Bosnack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist dein Schatz. Hm. Ja Baby, ich bin dein Schatz. Das... Ich erinnere mich daran deinen Arsch. Warte kurz. Der Gedächtnis ist wieder vollständig. Hier ist ein Händler. Der vielleicht Karten spielen will. Okay. Hier ist kein Händler. Hier kommt man dann hier rein. Aber hier ist ein Kaufmann. Ach, da ist der Puff. Ach, da ist der Puff. Ich zum Beispiel. Ich habe doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Chris, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Countspeicher in Novigrad. Du zahlst im Voraus. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, die ihr die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Mhm. Darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Es ist gut, dass wir die Börse vorher haben. Glaubt mir. Auch wenn das ein bisschen unsympathisch wirkt vielleicht. Okay, ich weiß, dass wenn man, äh, hier, dass hier eine Stelle ist, wo die schwerste Stelle in der Trisk fest ist. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Meiner Meinung nach. Ich habe keine Lust nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Alter, als ob die Ratte mir entkommt. Okay, einmal kurz gespalten. Hier kommen jetzt die schwerste Stelle, fand ich. Und einmal kurz neu meditieren. Kann auch nicht schaden. Jo. Ach komm, ich kann aber nicht widerstehen. So, viele schöne tote Ratten. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstorben. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Das wollte ich eigentlich nicht. Das war das Falsche. Hm. Jetzt warten wir bis Sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurr. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch ein Rattenfängerin. Also was denkt Sie, Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des primärischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen. Persönlich. Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagiert. Besonders auf uns. Besonder Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kopf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihm nicht mehr schmerzen. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelohnt. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Jeder liebt es da noch mal. Aber sich selbst zu belieben ist wie weglaufen ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Sie liebt uns. Es geht dir gut. Doch, du willst es wissen. Ich würde die gerne alle verbrennen. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten? Die Arbeit ist getan. Ich weiß, wer die sind. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Oh Gott. Das hat mir gleich nicht gefallen. So, wir haben gewesen, das gilt für ihr. Um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. Kriegst du nicht. Du bist das Leben für Zauberinnen in Norvigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht es mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Welches Level hat der? Oh, eigentlich wollte ich... Oh, die sind leichter... Leichter halt vom letzten Mal. Ja, ich bin wohl diesmal schon ein höheres Level. Oh, dafür halbiere ich dich. Ja, wir werden ihn ausbluten lassen dafür. Aber erstmal mal den Tag gucken. Die Schwerter haben so schön geleuchtet. Weniger Schaden, weniger Schaden. Nichts Sinniges, nichts Sinniges. Nichts Gutes dabei. Können wir aber verticken. Wir müssen Brandwands hinlegen. Wo ist der? Da ist der Pisser. Jetzt zahlt er mir auch Geld. Dafür hast du mich glücklich gewürgt. Oder das Warenlager, wenn ich Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie dieser Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber Tod nützt du nur den Möden, was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Gerald. Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilli ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich hab ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens Jung her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger betriegigen. Aber so sind die Zeiten. Okay, dann sehen wir uns da. Trisk fest. Freigeschaltet. Und ein Stufenaufstieg. Nein, was investiere ich denn? Ich könnte in mein Grenzeichen. Nein, da kann ich nichts mehr reinmachen. Und ich hab keinen freien Slot. Das hier ist auch schon voll. Ich hab noch Mutagina. Das einzige, was ich sinnvoll machen könnte, das hier. So, mal kurz gucken, ob ich Mutagina craften kann. Mal Chemie. Wie auch das Mutagina. Was fehlt mir denn fürs Grün? Ich dachte, ich hätte die. schwarzes Blut habe ich alle Teile. Was tut das? Hexer Bluttyp von Pernon. Ich weiß nicht, wenn ich mal gegen Pernon kämpfen muss. Aber das ist bestimmt nicht schlecht, es zu haben. Hier füllen wir auch noch Zutaten. Was ist mit der Gene vor allem? Aber Tränke haben wir die Rezepte nicht für, wie es aussieht. Aber jetzt sammeln wir doch mal alle Rezepte ein. Hier, das ist es nicht. Egal, jetzt machen wir den Trissauftrag fest. Die will ich nicht. Ich will Nebenziele, Fliegende Fäuste, Enten Navigard. Ich bin gegen die Würther. Ich spreche mit dem Aufseher. Level 11. Das ist ein Wählen. Turm von der Ratten. Das ist auf dem Fall, aber ich suche. Nein, das könnte tun, die blut nix. Das suche ich auch gar nicht. Ich suche. Jetzt werde ich noch warten, bis er das erkennt. Hier ist ein Schmied. Reparieren und Karten spielen. Ich möchte, dass du mir etwas anfährst. Nicht schlechter ist zu wissen, dass ich diese Pfeile machen kann. Was haben wir noch? Dunkelbaren. Silberschwerter. Fehl. Alle, die würden so viel mehr Schaden machen. Was fehlt mir denn dafür? Für Silberbarren. Fehlt Silber. Okay. Ich brauche für... Das hat auch ein ganz höheres Level als ich. Das wäre auch besser als meins. Bräuchte ich zwei Silberbarren für. Also zehnmal Silber. Und bei den Stahlwaffen habe ich. Der andere Teil ist aber schlechter als meins. Das ist jetzt auch vergiften. Interessant. Ist vielleicht ein Verkauf wertvoll? Wo steht denn der Wert? Lassen wir erstmal reparieren. Was ist denn das? So, Verbesserung entfernen. Zerlegen. Kann ich aus irgendwas Silber bekommen? Ich kriege ja so ganz Silberbarren raus. Okay, kriege ich Eisenbarren raus. Nicht so wertvoll, aber... Das ist jetzt nichts. Was weiß ich, wenn ich den Silbererz draußen machen würde? Das brauche ich nicht. Holz... Ach, das kostet mich Geld, oder? Ja. Können nur sagen, muss da wirklich Silber rauskommen. Jetzt kann ich Silber machen, das ist logisch. Monza als Svens, was bringt die mir? Ich weiß es nicht. Wie viel Silber habe ich denn jetzt? Äh, Handwerk. Also ich kann Silberbarren auf jeden Fall herstellen. Drei Stück noch. Aber ich will ein Silberschwert mit meinem Level. Dafür brauche ich nur noch einen Silberbarren. Okay, ich hoffe, ich kann mir jetzt das noch... Was fehlt denn hier noch? Ich habe doch gerade Silberbarren hergestellt. Nicht dumm. Silberplatte. Das ist aber barren. Da habe ich doch gemacht. Habe ich gerade Silbererz hergestellt, ich Idiot. Nicht genug Münzen. Okay, dann müssen wir handeln. Scheiße. So, schon geht das wieder. Ich habe gerade das falsche Hergestellt über Silberbarren hergestellt. Da habe ich auf Silbererz gemacht. Und ein neues Hexerschwert. Wurde auch mal wieder Zeit, das alte war eh ständig stumpf. Aber mit dem wollen wir gleich noch Karten spielen, also hau ich ab. Macht mehr Schaden. Und hat noch Fähigkeiten, beispielsweise Chance auf Giften. Die können wir sogar noch erhöhen. Bei dem wollen wir Chance auf Betäuben. Bonus-Erfahrung bei Monstern. So, jetzt spielen wir Kartenkollega. Ja, Waffenspiele, aber ich will Karten spielen. K, T, K. Ähm. Spielen. 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 Ich will Karten spielen. Ähm. Mit dem können wir starten. Brauche ich den? Das hängt von den anderen ab. Ich habe nur zwei Katapulte und der ist recht... Ne, komm, den brauche ich nicht wirklich. Okay, das brauche ich aber auch nicht. Na gut. So la la tauschen. Scheide, ich hätte jetzt den mit Verbrennen gehabt, hätte ich sogar die Runde vielleicht sogar noch gewinnen können. Ich... Ah, komm, ich mache die Runde. Mit. Natürlich Regen. Klar, er sitzt jetzt bei mir. Dann mache ich die Himmelfrei und passe. Ach, nee. Egal, ich passe trotzdem. Dann hat er wenigstens Karten minus. Und er setzt dann eine Spezialfähigkeit ein. Er kann ja wenigstens gleichzeitig mehr einsetzen. Hm, scheiß Fähigkeit. Mein Gegner passt. Das ist ja mal ein Disrespekt. Na egal, passe ich auch. Unentschieden, Karten, Gleichstand. Meine Karten sind so la la. Gegen Monster-Karten eher schlecht. Ah, hätte mir eine andere Karte mehr gebracht, aber trotzdem. Ich glaube, gegen Monster ist eigentlich Frost immer sinnvoll. Schau mal, was sie tun. Ich glaube, wir setzen eine Schwache. Ich glaube, ich kann die gar nicht mehr anholen. Warum spielen nicht alle mit Monster-Karten? Ich glaube, das ist nur zum Überbrücken. Wir werden sehen, was der macht. Ja, die kriege ich nicht mehr einholen. Zum Glück, da wird die Frost gebraucht. Oder meine Verbrenner-Karte. Ich kann eigentlich jetzt schon passen. Es bringt nichts mehr. Außer der so dumm sitzt jetzt selbst Frost. Alter, hat er Karten. Unglaublich, was er für Karten hat. Gegner passt. Da kann ich auch nicht mehr viel machen. Muss ich auch passen. Ich will noch eine Runde. So wie was er mit Monster spielt, kann ich mich da auch ein bisschen drauf einstellen. Karten. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall mehr klirrende Kälte mit rein. Dafür nehmen wir Nebel, das raus. Schönwetter nehmen wir auch nochmal mit rein. Der Spion bleibt drin. Dann habe ich drei. Ah, ja, bleibt so. Okay, wenn ich kein Pult habe, wäre das jetzt Baba. Ja, geht. Habe ich eine Heilerin? Nein. Die bringen mir selbst im besten Fall jeder nur vier Punkte. Das heißt, genauso gut wie die, aber nur im besten Fall. Dann werfe ich die beiden doch... Dann werfe ich die noch raus. Ich bin eine sechster Karte, bekomme aber keinen Heiler. So, Spion in der ersten Runde für den Kartenbonus. Das heißt, ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. Okay, aber ich bin ein bisschen. Ach, ich weiß nicht. Soll ich die Runde überhaupt spielen? Soll ich schon passen? Ich bin mit drei Karten, immerhin. Ne, ich hau raus. Gut, das war es dann jetzt auch. Ich führe malhin mit zwei Karten. Aber hab einen Punkt Minus. Und der hat eine Karte liegen, also quasi nur eine Karte, die ich führe. Und der Gegner beginnt auch noch. Hat instant gepasst. Dann setze ich eine Fünferkarte. So, dann füge ich noch mit einer Karte, aber noch eine Heilkarte. Die Scheißkarte bleibt aber noch liegen. Wer startet? Okay, dann starten wir mit Katapulten. Ja, war klar. Was, sie sind mir denn kein dabei herbeigerufen? Okay. Nicht schlecht. Nein. Wenigstens eine auch mit weg. Dadurch habe ich nur eine Karte verlust quasi. Aber trotzdem... Das war belastend. Obwohl ich kann mir eine zurückholen durch den Heiler. Da ist die Frage, welcher lohnt sich mehr. Wenn ich da von den einen zurückhole, bekomme ich quasi... Ach, zwölf Punkte. Und wenn ich den anderen zurückhole, ja, dann ist der hier mehr. Wenn ich den gleich zurückhole. Äh, den. So. Mhm. Hohle ich mir mal schnell noch vier Pünktchen. Ein Greif. Greif ist eine Nahkampfkarte. Das stimmt, der spuckt oder schießt nix. Okay, ich führe mir denn noch eine Karte. Nebel. Nicht optimal, aber wird meine Erführung nicht im Wege stehen. Dann kann ich jetzt passen. Bäm. Habe ich den doch noch bekommen. Und welche Karte kriege ich? Keine Ahnung, was das für eine ist. Habe ich gegen den hier schon Karten gespielt? Äh, so, jetzt spüren wir erstmal. Wo ist Triss? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, die... Oder muss man die Quest nochmal extra anfangen? Wenn ja, war blöd. Äh, wir haben mehrere Orte Navigart. Das ist Quint, das ist Quint. Das ist Würte. Hexerauftrag. Auch nix Gutes dabei. Hauptquest. Dann machen wir erstmal. Dort mit der Träumerin. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Gehraut, kannst du dich nicht abrollen. Zur Träumerin. Höö. Hier rein. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonk, Herr. Von den de Jonk, Herrs. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitzt sich die größte Bank hier. Ich brauche keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Korinthien. Du bist hier nicht. Korinthien, seit ein paar Tagen schon träumt von der Geschichte des Hauses. Ich würde gerne reinkommen und nicht umsehen. Eigentlich lass ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexen. Das Ding ist, ich muss gleich auch schon offline gehen. Erstmal was ausräumen für sein Vertrauen. Oh, da ist was. Oh, da ist was. Äh, Art. Okay, hier ist alles rot wegen der Wand. Eine Rüstung. Schlechter als meine. Schade. Wer soll ich ein paar Hexeraufträge machen, jetzt wo ich das neue Schwert habe? Zum Testen, natürlich. Nicht, weil ich Blutlust habe. Die Seite der Leiter ist es. Ich kann hier was sehen, beim Ausräumen. Das klingt nicht so gut. Das klingt so gut. Ich würde mir jetzt können. Die ist schön hübsch, die kann man sich können, ja. Mal fragen, ob sie Lust hat. Die Puppe. Der Dachboden. Ah, ja. Erstmal alles looten. Ich muss kurz die Nase putzen. Das ist Blut. Nicht verschütten. Alles nehmen. Alles nehmen. Alter, ich werde zugespampt. Das ist mir wichtig. Alles nehmen. Das ist mir dilig 마음에 geblend. Und dann eins nehmen. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Ich werde mich nicht auf jeden Fall schüttern. Das war's für heute. Bluuut. Hier krieg ich ja ordentlich Futter. Nein, kommt nicht in den nächsten Raum. Aber ich glaub doch. So, Peter ist nicht ohne. Hey, das ganze Bier bringt zwar viel Heilung, aber wird auch immer so verschwommen. So, machen wir mal ganz kurz auf mein Handy. Nein, wir haben die Futter an den Futter an den Futter. Okay. 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 Was haben wir da? Da... Jetzt hab ich noch eines Kindes. Puppe ins Bett. Das werden wir wohl nie erfahren, Geralt. Aber wir machen das einfach. Erster Stock. Wieger. Ist das? So ist der Ausgang. Meine mit ersten Stock, ersten oberen Stock. Ja. 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 Bin. Ja. Gehen wir ran. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Bild des Ofens, okay. Perfekt, Geralt. Ah, hier ist jetzt Licht. Und Ofen. Ofen. Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich hab ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Das weckt sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harrloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann? Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Ähm, weil du so hässlich bist? Ich weiß, dass ich so benutze. Glaub an, du bist ein. Du verschaffst der Träumerin alle Träume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. All die Träume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn nicht jacht. Das hat so rotet. Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nichts. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Ganz recht nicht als Mitbewohner. Also hab ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auch. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Dann muss ich dich rauswerfen. Ich hab ihn noch nie rausgeworfen. Komm, wir machen einfach ein Baron. Funktioniert dafür. Ich bin ein Hexer. Ja, 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 ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz oder gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Hm. Das höre ich nicht auf. Dann. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Ja, aber ich geh jetzt auch offline. Deswegen speichere ich hier mal. Äh, gut. Wo kann ich den speichern? Hier jetzt. Perfekt. Hab ich jetzt gespeichert? Ja. Dann, äh, Schau, Leute. Komm, ich zeig mir nochmal kurz den Abschied. Perfekt. Perfektes Timing für ein... äh, dafür, dass das Bildschirm wieder dunkler wird. Ciao.